Deutschland sucht den Superstar feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Eine Staffel mit so viel Drama zwischen den Juroren wie nie zuvor. Es hieß auch, dass nach der 20. Staffel Schluss sein würde und Dieter Bohlen sich endgültig von dem Format verabschiedet. Dieter ist derzeit sogar auf Abschiedstournee durch Deutschland. Doch dann kam beim Finale der Staffel der große Hammer. Es wird eine weitere Staffel im nächsten Jahr geben und dieses Mal mit großen Veränderungen. Die Altersbeschränkung wird aufgehoben. In Zukunft können Talente aus allen Altersgruppen an der Castingshow teilnehmen. Also von 16 Jahren bis unendlich. Ebenso stellte sich die Frage, wer im Jahr 2024 am Juripult sitzen wird. Klar ist, dass Dieter Bohlen Juror des Formats bleiben wird. Neben ihm wird ihn wieder Sänger und der SDS-Gewinner von 2011 Pietro Lombardi begleiten. Er wird also bereits zum vierten Mal am Juripult sitzen und neben Dieter neue Talente entdecken. RTL ist nun auf der Suche nach zwei weiteren Jurorinnen, was sich als schwierig erweisen wird nach dem ganzen Streit zwischen Juroren in der diesjährigen Staffel. Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr froh seid, dass es nächstes Jahr mit der SDS weitergeht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.